Ich schwör dir, ich hau den so auf die Fresse. Puh. So, du mal weg, du mal weg. Ja, krieg halt einfach kein Knockback, ne? Gut. Richtig nass. Und einen wunderschönen guten Morgen wünsch ich euch zu einer Runde. Wir hatten es noch nie auf meinem Kanal. Es ist Aura PvP, Sky PvP, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und es startet in einer Sekunde und da sind wir auch schon in der Runde. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich den Shader ausmachen sollen, aber ich denke, das passt schon so. Ich hatte gerade eben noch vor, eine Runde Jump League zu spielen, aber ich hatte zwei Runden, die waren so richtig behindert. Einmal war ich irgendwie Platz auf Feld 450, war der Beste im Springen und hatte einfach kein Schwert. Und einmal gab es da so einen Sprung, der war schlichtweg unschaffbar irgendwie. Puh. Shit, ich muss mal den Shadows machen. Irgendwie muss ich mal den Shadows machen. Puh. Der hat aber gerade jemand richtig gegeben. Doch, ich muss mal den Shadows machen. Puh. Shadows. Und irgendwie ist der Gomponserver auch gerade so dezent am überlastet sein, was nicht so geil ist. Und ich mache mal gerade so ein bisschen die Assi-Taktik und verstecke mich mal hier oben. Irgendwie die. Bekämpfen die sich oder was machen die? Lol, da ist einer gestorben. Krass. Erstmal Sachen snacken. Läuft bei dem. Ist der gestorben? Ja, geil, ne? Habe ich auf jeden Fall mal ein bisschen Pfeil aufgestockt. Ein bisschen Essen aufgestockt. Was auf jeden Fall geil ist. Das ist richtig geil. Jo, geil. Jo. Finde ich, finde ich nice. Ja, jetzt haben wir ja auch ein paar Enderperlen und so. Und es gibt ja jetzt dieses neue Aura-Pvp mit Teams und so. Aber ich habe mir gedacht, ich spiele erstmal alleine mit einem bisschen anderen Kit und so. Wie viel sind es denn noch? Es sind nur noch zwei. Ah, da will ich mich auch mal runterbegeben. Na her, du. Oh. Jo. Geh mal weg, du mit deinem Scheißbogen. Puh. Da ist der andere. Glaubt ihr euch mal? So, hi. Du. Wusste ich nämlich, dass du jetzt von dem auf die Fresse bekommst. Und zwar hart auf die Fresse. Kann ich mal bitte meine Enderperle werfen? Ah. Okay, das war es von der ersten Runde. Ich hänge natürlich noch gleich einen hinten dran. Bis gleich. Gut, da sind wir jetzt auch schon auf der Classic Aura-Map. Und wir haben ein Team dabei. Was bin ich denn für ein Team? Ich bin Team... Hellblau, wo ist denn mein Team? Hallo Team. Wir müssen uns mal organisieren. Hallo, hellblau, wo? Hellblau, bitte dem rosa Schirm mit der goldenen Orange obendrauf folgen. Auf jeden Fall krass. Und ja. Die Server lenken auch nur so ganz dezent. Und es liegt definitiv nicht an meinem Ping. Mein Ping ist 25. Aber die Server lenken einfach richtig heftig deftig. Und ihr seht schon, wir haben hier wieder Standard Aura-Kit, denke ich. Geht's dir langsam mal gut mit deinen scheiß Schneebellen? Ist mir ein tierischer auf den Sack. Okay, er wirft schon mal Enderperle. Und glaube ich mal auf den grünen weiter drauf. Und ich glaube, das ist auch die letzte Runde, weil das kann sich hier ein bisschen ziehen, habe ich so das Gefühl. Aber leider bin ich halt jetzt nicht mit meinem Team abgesprochen, was ziemlich scheiße ist. Puh, erstmal weg hier. Das ist mir doch ein bisschen Risky-Fisky, ne? Okay, da kommt so ein bisschen Rot angestüßelt. Aber Rot habe ich gerade keinen Bock. Geh mal weg, du. Geh du auch mal weg. Uh, vielleicht soll ich mich nicht mit einem ganzen Team hier anlegen, ne? Aber ich habe tatsächlich auch noch keinen von meinem Team gesehen. Aber mein Team lebt auch noch voll komplett und so. Voll konkret. Uh, wo ist denn mein Team? Ich gehe jetzt mal auf die Suche nach meinem Team. Die kennen sich bestimmt. Der Sandel-Gammer und der Mr. Hero-Hunter. Und deswegen... Meine Güte, du gehst mir aber auch auf den Sack. Geh doch mal weg hier. Das ist ja nervig. Mann, 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 Mann. Nein, nicht essen. Ah, shit, jetzt hat er gegessen. Was natürlich ziemlich kacke sein kann. Jo, da habe ich ihm gegeben. Ah, ich habe einen gefunden. Jetzt muss ich nur noch da runterkommen. Ich helfe dir. Bro, ich verteidige dich. Geben wir ihm. Ja, Mann. Team Power. Das ist natürlich hier echt eine gefährliche Ecke. Das ist eine verdammt gefährliche Ecke. Hier will ich mal kurz nicht hin. Geh mal weg hier. Lass mal mit dem prügeln. Oh, wo ist denn mein Team-Mate? Okay. Gefährlich. Verdammt gefährlich. Puh. Das ist nicht gut. Bitte lass es funktionieren. Oh, Gott sei Dank. Ach, du Schaden, dann bin ich durch. Ach, das war grad so ein bisschen Risky-Fisky, würde ich behaupten. Aber mein Team lebt auch noch komplett. Krass. Und einer von unserem Team hat grad gesnackt. Heftig auf jeden Fall. So, hier battlen sich auch grad so ein paar Grüne, ne? Ja, so ein paar Roten. Läuft auf jeden Fall bei denen. Mische ich mich mal ganz fieserweise ein Vielleicht sollte ich eigentlich bei meinem Team bleiben Aber das war mir doch ein bisschen risky da unten Weil da war alles kaputt Und ich wollte jetzt nicht unbedingt aus der Map fliegen Das ist nämlich nicht so geil Na egal, lass mal gucken Okay, da kommt auf jeden Fall ein Gelber an Habe ich auch noch nie gesehen So ein Gelber in der Runde Meine Güte, lass mal so ein bisschen Party machen hier Huh, da war ja Gerade irgendwie so ein bisschen Loch in der Map Okay, er hat auf jeden Fall Seinen Speedbrank Intus Yo, gib mir heftig Ich weiß auch nicht, wann jetzt jemand Knockback bekommt und wann jemand nicht Das ist irgendwie so ein bisschen kacke geregelt Okay, schubs mich, ja, schubs mich Gegen die Festung, da bleib ich gerne Da ist ein Team mit Wir helfen unserem Team mit, wir helfen unserem Team mit Geh weg Oh, yo, dem hab ich gegeben Aber deftig Yo, richtig deftig Habe ich ihn geklatscht Geh mal weg hier Meine Güte, hier wird es aber gerade schon ein bisschen kritisch Ich bleib mal ganz kurz hier Geh jetzt mal hier hin Hi Hi Leute Hast du gedacht? Hast du gedacht? Da sprengst du mich weg Aber da ist nix mit wegsprengen, Kollege Da ist mal überhaupt nix mit wegsprengen Okay, da ist mein Teammate Das sollte man eigentlich vielleicht im Skype zusammenspielen Das wäre so ein bisschen sinnvoller Und vielleicht Nur so ganz vielleicht So nur als Idee Soll ich vielleicht mal was essen So ganz vielleicht Hier da oben versteckt sich auf jeden Fall gerade ein Goldener Also ein Gelb-Goldener Gucken wir mal, ob wir den vielleicht so ein bisschen wegkriegen Oh nein Die Saftwaffel hat ihn geklatscht Ah, schade Einer weniger in unserem Team Ich bin alleine in unserem Team Wo sind die denn alle hin? Läuft bei denen Und Gelb diese Pisser, die sich die ganze Zeit verstecken Ne, ich schwör dir Ich hau den so auf die Fresse Puh Okay Erstmal Leute suchen Krass Hier da unten ist jemand Krass Action Ah, aber es macht auf jeden Fall echt Spaß Ich hab schon ewig nicht mehr gespielt Aber es macht doch echt Spaß Ja, bettelt ihr euch mal da unten Oh, du mal weg, du mal weg Ja, krieg halt einfach kein Knockback, ne? Gut Richtig nice Erstmal Double Kill Läuft bei mir Oh, yo Gib mir richtig Jetzt kommt natürlich noch der andere Grüne an Die Saftwaffel Du hast einen von uns auf dem Gewissen Und noch reingeklatscht Ach du Schande Und noch einen Und jetzt mal hier oben raus Bitte funktionieren Oh, wie viel ich geklatscht hab Ach du Schande Das war ja mal Die Mega-Battle-Phase Dein bist du Du Wichser Du hast noch nix gemacht Ach scheiße Ich dachte schon Er hätt sich gerettet Aber ich glaub Jetzt ist er Ja, Mann Ich hab's gewonnen Was ist denn da los? Yo, GG Krass Wow Ich hab ja mal richtig rasiert Was ist denn da los bei mir? Ich hab wirklich Bam, 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 bam Oh, der Success Builder Ist nun online Vielleicht gibt's nachher Eine Runde Bad Ross mit dem Mal gucken Was sich so ergibt Krasse Runde Auf jeden Fall Richtig heftig Ja, auf jeden Fall Euch hat die kleine Mal was anderes gefallen Und ja Wenn's euch gefallen hat Dann gebt auch ein Like Oder einen Daumen nach oben Oder einen Hipster Daumen nach oben Oder wie auch immer ihr es nennen wollt Und dann Bis zur nächsten Runde Ciao, haut rein